Das ist mein neues Auto. Ich bin mein Fahrrad neu. Dieses Motorrad gehört mir. Erster Motor präten sie mir. Das Auto ist ins Schleudern gekommen. Das Fahrrad ist ein Rapport. Darf ich mit ihnen mitfahren? Pode darme Buleia? Er hält das Taxi an. Il manda parar o Taxi. Wo kann ich ein Auto mieten? Onde posso alugar un Automobile? Ich möchte das Auto für zwei Tage mieten. Eu quero alugar o Carro por dois dias. Er verreist immer mit seinem Wohnmobil. Il viaja sempre na sua autocaravane. Ich habe den Bus verpasst. Perdi o autocarro. Der Bus fährt alle 20 Minuten. O autocarro passa de 20 em 20 Minuten. Um wieviel Uhr fährt der letzte Bus? A que horas passa o último autocarro? Heute bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Hoje fui de Bicicleta para o Travallo. Ich fahre lieber mit dem Zug als mit dem Bus. Eu prefiro ir de Comboio do que de Autocarro. Wo ist die nächste U-Bahn-Haltestelle? Onde fica a Stação de Metro mais próxima? Ich fahre nicht gern mit der U-Bahn. Eu non gosto muito de andar de Metro. Wann fährt der Bus? Quando passa o autocarro? Halten Sie bitte an der nächsten Haltestelle. Por favor, paar na próxima parage. Ich will hier aussteigen. Eu quero sair aqui. Nehmt die U-Bahn, damit ihr dort schneller seid. Vão de Metro, para chegar lá mais depressa. Das Flugzeug landet um 10 Uhr. O avião aterra às 10 horas. Mein Flugzeug fliegt um 11 Uhr. O meu avião parte às 11 horas. Das Flugzeug ist schon in der Luft. O avião já está no ar. Macht das Flugzeug eine Zwischenlandung? O avião faz Escala. Der Zug fährt um 8 Uhr ab. O comboio part às 8 horas. Wohin fährt dieser Zug? Para onde vai este comboio? Der Zug hat sich verspätet. O comboio atrasou-se. Der Zug hat eine Verspätung von 20 Minuten. Die Bootsfahrt war ein wunderbares Erlebnis. O passeio de barco foi uma experiência maravilhosa. Es war sehr windig und das Boot hat viel geschaukelt. Havia muito vento e o barco balançava muito. E aí Kaffee